Hallo Leute und willkommen zurück zum FreeSourceFortune Podcast. Heute geht es weiter mit der 26. Episode meiner Edelscheinreihe und ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Heute geht es um den Lepidolit. Der Name leitet sich vom griechischen Wort Lepidos bzw. Lepidios ab, was so viel bedeutet wie Schuppenstein oder Schuppigerstein. Er kommt in sehr vielen Ländern vor und wird abgebaut in Skandinavien, Brasilien, Russland, Afghanistan, Zimbabwe, Madagaskar, Indien und noch vielen weiteren Ländern. Hauptsächlich wird er jedoch in den USA abgebaut. Nun kommen wir zur Mineralogie und Entstehung. Der Lepidolit bildet sich magmatisch, genau genommen durch hydrothermale Vorgänge in Granit-Pegmatiten. Granit-Pegmatiten sind eine grobkörnige Varietät eines magmatischen Gesteins. Die Korngröße kann hierbei mehr als 1 cm betragen. Und hydrothermale Lösungen sind Wasseransammlungen in Gesteinsschichten, die zumeist große Mengen an Mineralien und vulkanischen Gasen enthalten. Der Lepidolit kommt selten vor, wird zur Glimmergruppe zugeordnet und gehört somit zur Mineralklasse der Silikate. Er ist zudem ein Mischkristall aus der Reihe Polizionid und Trilizionid und nicht selten ist er in Verbindung mit Quarz, Tourmalin, Topaz und Rubelid aufzufinden. Er enthält übrigens sehr viel Lithium, weshalb er gerne von Industrien als Erz zur Gewinnung von Lithium verwendet wird. Jetzt kommen wir zu den Farmen und Varianten. Aufgrund seiner weichen Mooshärte von 2,5 wird er gerne zu Schmuck oder Trommelsteinen und Handschmeichlein verarbeitet. Da er aus vielen eng auf- und aneinanderliegenden Kristalltafeln bzw. sogenannten Kristallschuppen besteht, sieht er auch dementsprechend aus. Also er sieht quasi schuppig aus. Und hinzu kommen noch helle glänzende weißliche Flecken. Er kann aber auch graubig sein. Das sieht in etwa so aus wie versteinerter Schaum. Der Lepidolit kann Silber, Weiß, Grau-Violett oder Rosafarben vorkommen. Die Farbe hängt vom Lithium-Anteil ab und kleine Spuren von Cäsium und Mangan färben den Lepidolit rosa. Jetzt kommen wir zur Wirkung auf physischer Ebene. Er soll vor Krankheiten schützen, er soll das Bindegewebe stärken, Schmerzen lindern und beim Abnehmen helfen. In Kombination mit dem Lapislazuli, zu dem ich letztens eine Folge gemacht habe, und einem Amethyst, zu dem ich auch eine Folge gemacht habe, soll er Kopfschmerzen lindern. Und in Kombination mit einem Bernstein, ja, auch dazu habe ich eine Folge, ich gehe nämlich alphabetisch vor, hilft er sogar gegen Magen-Darm-Schwerden. Jetzt kommen wir zur Wirkung auf psychischer Ebene. Der Lepidolit ist ziemlich bekannt als Schutzstein und Wegweiser. Er bewahrt uns von negativer Energie, zum Beispiel von missgünstigen Menschen. Er unterstützt uns bei der Zielverwirklichung durch das Stärken unserer Selbstdisziplin. Er macht uns friedvoller und harmonischer. Er unterstützt uns im Verarbeiten vergangener Erlebnisse, die uns bis heute belasten. Ja, er hilft uns sogar, uns von toxischen Menschen abzugrenzen und ihnen auch mal Nein zu sagen, beziehungsweise zu widersprechen, wenn sie uns schaden oder ausnutzen wollen. Und auch bei Depressionen, Ängsten und Schlafstörungen ist er hilfreich. Jetzt kommen wir zur Anwendung, damit du auch in den Genuss dieser ganzen Vorteile kommen kannst. Aber vorher würde ich mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und vielleicht auch einen Daumen nach oben gibst. Damit unterstützt du mich sehr, zeigst, dass du meinen Content magst. Und ja, ich freue mich einfach immer sehr, auch über Kommentare. Jetzt geht's weiter. Du kannst ihn natürlich bei der Meditation verwenden, wie eigentlich jeden Edelstein. Also ich wüsste nicht, welchen man nicht bei der Meditation verwenden kann. Du kannst ihn aber auch auf deinen Bauch legen, wenn du zum Beispiel Bauchschmerzen oder eben Magen-Darm-Beschwerden hast. Bei Kopfschmerzen rate ich dir, ihn in dein Schlafzimmer oder unter dein Kopfkissen zu legen. Aber auch direkter Hautkontakt, zum Beispiel durch Schmuck, ist ratsam. Und anschauen. Das klingt vielleicht verrückt, aber versuch das mal. Schau dir einfach jede noch so kleine Kleinigkeit an deinem Edelstein an und fokussier dich ganz auf diesen Edelstein. Konzentrier dich drauf, dann verfällst du auch in eine Art Meditation und es kann wirklich sehr beruhigend sein. Und wenn du das machst, wenn du diesen Stein anschaust und dir quasi Zeit für diesen Stein nimmst, dann wird er auch seine Energie auf dich abgeben. Und zu guter Letzt, Heilsteinwasser. Verwende dafür aber nur Lipidolidsteine, die wirklich für Heilsteinwasser gemacht sind. Jetzt kommen wir zu der Chakra- und Sonnenzeichenzuordnung. Der Lipidolid wird dem dritten Auge bzw. dem Stirnchakra zugeschrieben und er ist für alle Sonnenzeichen. Und zu guter Letzt kommen wir zur Reinigung und Ladung. Du solltest den Lipidolid unter fließendem Wasser, das nicht zu heiß ist, reinigen, indem du ihn einfach schön reibst und zwar mit einem Schwamm oder einem Tuch. Achte dabei aber bitte darauf, dass du dem Lipidolid nicht schadest, also dass du ihn nicht zerkratzt oder sonstiges. Entladen kannst du ihn mit einem Bergkristall oder Hämatit, z.B. mit Hämatit-Trommelstein. Und aufladen kannst du ihn ebenso mit einem Bergkristall oder mit der Sonne. Falls du noch Fragen hast, kannst du sie sehr gerne unten kommentieren. Ich würde mich sehr über dein kostenloses Abo freuen und einen Daumen nach oben. Und ich hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!